Nochmal? Eiche, kannst du nochmal mit Double Time machen? Für uns richtig flexen? Hey Alfie, weswegen bist du hauptsächlich hergekommen? Hauptsächlich bin ich hierher gekommen, um mit euch heute ein Musikvideo zu drehen. Und warum noch? Und das Video heißt Jesus in unser Haus. Und weswegen noch? Natürlich mit den geilen Weibern, die hier sind. Geile Schnecken und die Chili dann natürlich. Also, check it up, wicked!